das war heute fand ich schon beim spiel gegen berlin zona bonanza keine ahnung ganz lustig dass wir schiedsrichter hatten die hier im urlaub sind also das hat man heute leider etwas gemerkt dass sie im urlaub sind sie waren relativ befreit sagen wir es mal so sie haben sich ganz frei auf dem feld bewegt und haben dann eben auch leider ein bisschen komische entscheidungen getroffen so dass es dann leider ebenso einen etwas umstrittenen elfmeter gekommen ist wo ein klares faulspiel von winterthur vorausgegangen ist wo aber leider nicht gepfiffen hat und somit eben der genre des tages der schiedsrichter der im urlaub ist der uns heute gepfiffen hat ja im großen und ganzen was das wieder von heute es war ein sehr schöner tag noch das noch gesagt die sonne hat geschienen der sturm ist vorbei die nächte sind klar der morgen ist etwas kälter aber das gegen wir auch hin sind froh dass die sonne wieder scheint und dass das wetter hier gut ist und hoffen wir dass es morgen so weitergeht mit dem wetter und dass wir ordentliche bedingungen haben und wie gesagt noch mal im tatspiel eine ordentliche leistung abliefern in den sinne servus pfütti abadere